Ich schau mal, wie Alex reagiert, wenn ich ihm ein bearbeitetes Bild von mir zeige. Oh mein Gott, dieser Unterschied vorher nachher. Hey Schatz, ich will ja gerade mit Nick Fotos machen. Wie findest du das? Wow, das sieht echt nice aus. Echt jetzt? Ja, das sieht schön aus. Echt? Könnte ich das so posten? Ja, kannst du schon machen. Fällt dir nichts auf? Wie, was fällt mir... Ah, du hast es ein bisschen bearbeitet hier, es ist ein bisschen grüner, oder? Weißt du jetzt, oder wie, was meinst du denn, die Farben?